Die Wintersaison steht bald vor der Tür und du möchtest an deinem Fahrzeug die Glühkerzen überprüfen. Wie überprüft man Glühkerzen? Das zeige ich heute in diesem Video. Bei modernen Fahrzeugen bekommen wir in der Regel im Cockpit-System eine Fehlermeldung angezeigt, entweder die Motorlampe oder eine blinkende Glühspirale. Mit der Diagnose lässt sich feststellen, an welchem Zylinder die Glühkerze defekt ist. Doch wie gehen wir bei älteren Fahrzeugen vor, wenn uns der Tester nicht sagt, welche Glühkerze ist an unserem Motor defekt? Doch welche Symptome verursachen defekte Glühkerzen an einem Motor? Hier drei Beispiele. Erstens, schlechter Kaltstart. Zweitens, unruhender Leerlauf kurz nach dem Kaltstart. Und drittens, Raucherentwicklung, entweder weiß oder grau. In der Hand halte ich zwei verschiedene Glühkerzen, einmal Audi, einmal Mercedes. Eine von den Glühkerzen ist defekt. Optisch sehen beide aber in Ordnung aus. Es gibt mehrere Möglichkeiten Glühkerzen zu überprüfen. Variante 1 wäre Multimeter. Wir können den inneren Widerstand einer Glühkerze überprüfen. Dieser sollte in der Regel zwischen 0,4 Ohm bis maximal 2 Ohm liegen. Um die Glühkerze zu überprüfen, stellen wir unser Multimeter auf Widerstandsmessung ein. Wir gehen dann jeweils ans Gehäuse. Das ist die Masse-Seite. Jeweils hier oben der Schrift ist Seite für die Stromzufuhr plus. Und wenn wir da jetzt eine Messung durchführen, sprich den inneren Widerstand messen, sagt uns das Gerät, dass wir hier einen Widerstand haben von 0,5 Ohm. Somit ist die Glühkerze in Ordnung. Dasselbe spielen mit der anderen Glühkerze. Hier können wir dann einen Innenwiderstand feststellen von 7, 8, 9 Mega Ohm pendelnd nach oben. Somit ist diese Glühkerze definitiv defekt. Zweite mögliche Variante wäre, wir prüfen die Stromaufnahme an jeder Glühkerze. Defekte Glühkerzen tendieren eher, eine hohe Stromaufnahme zu haben. Das Ganze lässt sich mit modernen Testern bei modernen Fahrzeugen auslesen. Bei älteren Fahrzeugen brauchen wir noch spezielles Mittel wie eine Strommesszange. Und genau diesen Fehler solltet ihr nicht machen. Prüft eure Glühkerzen nie an einer 12 Volt Stromversorgung. Denn es kann passieren, dass ihr somit eure Glühkerze bestätigt. Denn die ist innerhalb von wenigen Sekunden defekt, wie beispielsweise in dem Fall. Jetzt geben wir mal richtig Vollgas hier. Und wie wir sehen können, kühlt die Glühkerze ab, denn die ist tot. Und warum sind Glühkerzen so empfindlich? Aus dem einfachen Grund, viele Glühkerzenhersteller arbeiten gar nicht mit einer 12 Volt Stromversorgung, sondern mit einer PWM-Steuerung von 4,4 bis 7 Volt. Falls ihr an eure Glühkerzen drankommen könnt, müsst ihr die Glühkerzen noch nicht mal ausbauen. Ihr könnt ihn im eingebauten Zustand prüfen, indem wir jetzt einfach, wie vorhin, jeweils oben einmal die Messspitze anbringen, sprich an die Plusseite von der Glühkerze und einmal gegen Masse vom Motorblock. Und dann bekommen wir unseren Widerstand auch ermittelt. In dem Fall dauert das einen kurzen Moment. Und hier haben wir jetzt einen Innenwiderstand von 0,9 Ohm. Somit ist die Glühkerze also voll funktionsfähig. Solltet ihr auch Glühkerzen für euer Fahrzeug brauchen oder Messmittel, wie zum Beispiel hier der Multimeter, ladet euch die ATP-App herunter. In der ATP-App bekommt ihr mit der Schlüsselnummer nicht nur Ersatzhöhle für euer Fahrzeug, sondern auch Werkstattausrüstung, wie zum Beispiel der Kfz-Multimeter. Hattest du schon mal Probleme mit deinen Glühkerzen? Wenn ja, lass es mich wissen, hau es in die Kommentare, folgt uns auf Instagram, Facebook. Und nicht vergessen, lasst im YouTube-Channel ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, das Team von ATP Autoteile.